Hallo bei Nerdfight Medizin. Heute haben wir mal was ganz Besonderes und zwar haben wir uns einen echten Experten geholt. Mit mir zusammen spricht heute Prof. Dr. Eric Popp. Der Prof. Popp ist den meisten Notfallmedizinern wahrscheinlich kein Unbekannter. Er ist Oberarzt in der Anästhesie in Heidelberg, ist Leiter der Sektion Notfallmedizin, ist ärztlicher Leiter der Luftrettungsstation in Mannheim und ist Organisator vom Intech-Kurs. Und für alle, die den Intech-Kurs noch nicht kennen, das ist ein großer Fehler, unbedingt mal googeln. Aber vor allem geht es beim Intech-Kurs um die invasiven Notfalltechniken und da habe ich mir den Prof. Popp direkt geschnappt und möchte ihm dazu ein paar Fragen stellen. Herr Prof. Popp, danke, dass Sie da sind. Und was sind denn überhaupt invasive Notfalltechniken? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo an alle. Ja, invasive Techniken sind alles, alle Maßnahmen, die es benötigen, irgendwie den Körper anzugreifen und reinzuschneiden oder zu eröffnen. Ich würde mal unterscheiden zwischen so einfachen invasiven Techniken wie vielleicht Anlage von der Thorax-Drainage oder auch früher war eine invasive Technik Applikation von einer intraosseren Kanüle. Das war schon invasiv. Mittlerweile denken wir ja aber in der Notfallmedizin über weitere Techniken nach. Koneotomie ist seit vielen Jahren zu den invasiven Techniken zählend und jetzt in den letzten Jahren, wo wir uns alle mit dem traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand in zugehörigen Leitlinien beschäftigt haben und gefunden haben, dass wir da sogar noch invasiver sein müssen, eventuell als die Anlage von der Thorax-Drainage, wie zum Beispiel der Eröffnung des Brustkorbes oder Perikard-Punktion, Entlastung von Perikardtamponaden. Also die Techniken werden immer invasiver. Okay, ich weiß noch, als ich Rettungssanitäter war, war für mich die invasivste Notfalltechnik immer die Anlage einer peripheren Verweihkanüle. Auch das kann bluten. Ja, dann fangen wir doch mal an. Ich weiß ja, das ist ja ein ziemlich heißes Eisen, da gibt es viele Diskussionen, da sind wir immer wieder bei Facebook mit vielen Leuten im Gespräch. Und ich habe mir gedacht, zwei Themen, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Einmal Ribor und die Thorakotomie. Aber im ersten Teil soll es jetzt erstmal um Ribor gehen. Ribor klingt erstmal ganz cool, wie was aus dem Dschungel. Aber es geht ja um invasive Techniken. Herr Professor Popp, was ist das? Was machen wir damit? Ja, Ribor beschreibt die endovaskuläre Okklusion der Aorta. Das bedeutet, man gelangt irgendwie in die Aorta hinein mit einem Katheter und blockt da von innen die Aorta. Also ein endovaskuläres Verfahren, wie es ja in vielen anderen Bereichen der Medizin ja auch endovaskuläre Techniken gibt. Wir denken an die Koronarangiografie oder wir denken an Aortenstents in der Gefäßchirurgie. Und so ähnlich ist dann auch die endovaskuläre Aortenokklusion zu sehen. Ist keine brutal neue Technik. Also das hat man sich vor vielen Jahren schon ausgedacht, ob man nicht mit einem Ballon einfach die Aorta von innen blocken kann und dann schlagartig den Blutdruck, der oberhalb von der Blockadestelle ist, zu erhöhen und dann so eine Art Minimalkreislauf zu schaffen, der dann in der Lage ist, vor allem das Cerebrum und die Koronarien zu perfundieren. Weil wenn man sich vorstellt, dass man die Aorta an einer Stelle zumacht, dann fließt das Blut natürlich nur bis zu dieser Okklusionsstelle und alles Blut oberhalb dient dann der Perfusion von so lebenswichtigen Organen wie Herz und Gehirn. Okay, das heißt, das ist ja so ein bisschen das, was wir aus der Kardiologie schon kennen, nehme ich an, einfach so ein Katheter, den wir da einführen. Jetzt ist aber die Frage, wann erst mal, wann machen wir das überhaupt? Jetzt sagen Sie, wir scheiden damit den unteren Teil des Körpers ab. Das heißt, ich nehme an, Blutung in der unteren Körperhälfte. Was wären so harte Indikationen, wo Sie sagen würden, der kommt ins Schockraum der Patient und da brauche ich jetzt die Reboa? Ja, das ist den Finger in eine der Wunden von Reboa gelegt, dass wir noch keine extrem guten Kriterien haben, wo wir sagen, aha, das ist ein Patient, der braucht jetzt zwingend oder unbedingt ein Reboa-Manöver und den können wir nicht auf andere Art und Weise retten. Wenn wir jetzt an einen Patienten denken, der eine Blutung in den unteren Bereichen, sage ich mal, des Körpers hat, also zum Beispiel eine schwere Beckenverletzung und der blutet da, dann war ja das herkömmliche Verfahren, man gibt Volumen, man stabilisiert den Kreislauf vielleicht zusätzlich mit Katecholamin, dann begeht man sich in die Diagnostik und versucht herauszufinden, wo blutet es denn da? Und ist diese Blutung entweder eine Operation zugänglich oder vielleicht auch eine Angiografie und eine angiologische Lösung des Problems? Und jetzt vor diesem Schritt der Diagnostik, in welche Richtung geht es, da hat man immer mal wieder Patienten, die sind so instabil, dass wir gar nicht wissen, schaffen wir es ins CT und wenn wir jetzt einfach in den OP gehen und eröffnen das Abdomen, was werden wir da finden? Werden wir überhaupt so das Problem lösen können? Und diese Patienten könnten davon profitieren, dass man eine Stabilisierung vornimmt, noch bevor man in die Diagnostik geht. Und jetzt ist die Frage, welcher Patient ist geeignet, dass man diese Stabilisierung mit einem Reboa-Manöver macht oder bei welchen Patienten versucht man einfach durch weitere Volumengabe oder weitere Katecholamingabe den Blutdruck zu stabilisieren? Wir stellen uns das so vor, dass Patienten, die auf einen Volumenbolus, einen adäquaten Volumenbolus und das wäre für mich in der Klinik die Gabe von Blut und eventuell FFP, die da nicht stabilisierbar sind und mit denen ich sonst nicht aus dem Schockraum rauskomme in eine Diagnostik. Diesen Patienten würden wir im Schockraum eine Reboa-Manöver zukommen lassen und machen wir auch aktuell schon. Reboa auf der Straße ist ja dann quasi die nächste Frage, weil wir sprechen hier über präklinische Notfallmedizin auch. Da muss man sagen, hat man natürlich noch mehr Probleme, als man sie in der Klinik hat. Also nicht nur die Indikationsstellung, sondern auch das technische Verfahren, über das wir dann gleich sicherlich noch reden werden. Also wie setzt man das denn eigentlich um und was für Voraussetzungen braucht man denn eigentlich, um jetzt mit so einem Katheter wirklich die Aorta zuzubekommen? Ja, ein spannendes Thema. Also tatsächlich kann ich mich an einige Patienten bei uns im Schockraum erinnern. Einer, der eine Pankreas-Läsion hatte, traumatisch eingequetscht wurde, der dann verblutet ist im Schockraum innerhalb von Minuten, bei dem die Blutung nicht gestillt werden konnte oder auch schwerste Beckentraumata. Wie würden Sie das machen? Jetzt kommt ein Patient, der hat eine Blutung höchstwahrscheinlich in der Beckenregion. Bei dem möchte ich jetzt die Reboa anlegen. Wie funktioniert das rein technisch? Ja gut, zunächst mal brauchen wir einen Zugang zum Gefäßsystem, zum arteriellen Gefäßsystem. Also in aller Regel in der Leistenregion muss es einem gelingen, die Arteria femoralis auf einer der beiden Seiten zu kannulieren. Das kann man ganz gut ultraschallgestützt machen. Das geht auch im Herz-Kreislauf-Stillstand. Da hat man zwar vielleicht das Problem, dass man manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, welches Gefäß ist welches. Vor allem die Anatomie, die kann ja auch mal verschoben sein und dann ist es nicht ganz so einfach, welches Gefäß ist eigentlich welches, wenn kein Fluss drauf ist oder sogar in der Reanimationssituation, da haben beide irgendwie ungefähr gleich viel Fluss. Also das kennen wir aus leidlicher Erfahrung, dass da die Unterscheidung auch mal nicht, also das kann nicht, das ist nicht immer trivial, sage ich mal. Aber wenn wir uns nicht entscheiden können im Ultraschall, dann machen wir halt einen Cutdown. Das heißt also, wir schneiden auf und legen die Gefäße beide frei und haben dann direkten Zugang auf die beiden Gefäße, also Arterie und Femoralis. Das unterscheidet uns vielleicht so ein bisschen vom Internisten, der dann, der in aller Regel ja durch Punktion seinen Zugang findet. Wir sehen aber in aller Regel in einem traumatologischen Schockraum mit genug chirurgischer Unterstützung versehen, sodass der Cutdown uns da sehr leicht fällt. Also wenn kein Ultraschall nicht möglich oder schwierig, dann wird einfach die Leiste eröffnet und die Gefäße werden freigelegt. Dann hat man den Zugang zum System. Mhm. Und jetzt habe ich den Zugang zum System und die Reboa, so vom Aufbau her, ist das ja im Endeffekt nichts anderes als ein langer Katheter mit einem Ballon vorne dran. Aber der Trick wird ja sein, wie führe ich das Ding jetzt ein? Also wohin kommt denn überhaupt der Ballon? Wie kann man das in der Notfallsituation gut machen? Also zunächst mal braucht man bei den meisten Systemen und vor allem bei den Systemen, die in Deutschland erhältlich sind, eine Schleuse. Das heißt also, wir führen nicht nur den Katheter ein, sondern als allererstes wird ein Draht eingeführt. Über den Draht wird dann eine Schleuse eingeführt. Und über diese Schleuse kann man dann den eigentlichen Katheter, den Ballonkatheter, vorschieben. Nun ist es so, und das macht Reboa vielleicht einen ganz kleinen Ticken komplizierter, als jetzt eine periphere Gefäße zu okkludieren. Die Aorta hat eine relativ große Weite, ist also relativ dick. Das heißt, man braucht auch einen Katheter, der einen Ballon hat, der die komplette Aorta wirklich okkludieren kann. Diese Ballons gehen häufig nicht durch kleine Schleusen durch. Also es kann einem passieren, je nachdem, was für Material man verwendet, dass man nicht mit der ersten Schleuse direkt hinkommt, sondern dass man von einer kleinen Schleuse sogar nochmal auf eine größere Schleuse wechseln muss. Das macht das Verfahren zweischrittig oder sogar mehrschrittig. Erst den Draht rein, dann die erste Schleuse, dann die zweite Schleuse. Ist sicherlich ein Problem für die präklinische Situation. Wir werden das mit dem MIG so versuchen umzusetzen. Es gibt aber auch Katheter, die mit kleineren Schleusen auskommen und das wird dann wahrscheinlich die Zukunft sein. Kein Schleusenwechsel mehr von einer 7-French zum Beispiel auf eine 12-French-Schleuse. Dann hat man die Schleuse und den Katheter mal eingeführt und jetzt gibt es in der Tat verschiedene Zonen, wo man okkludieren kann. Man kann in einem abdominellen Bereich okkludieren, um die Gefäße unterhalb der Abgänge der Viszeralorgane zu blockieren. Oder man kann ganz nach oben gehen, auf keinen Fall in das Viszeralsegment, also oberhalb vom Zwerchfell, gelangt man dann und macht dann eine Okklusion. Je nachdem, wo man hingeht, je höher man geht, desto mehr isch chemisch areal hat man natürlich unterhalb von der Okklusionsstelle. Vor allem, wenn man eine komplette Okklusion macht. Es gibt auch die Option, eine partielle Okklusion zu machen. Das nennt man dann Partial Reboa. Das hat aber dann wieder andere Probleme, da man dann eventuell eine Migration, also ein Wandern von diesem Ballon erlebt, wenn der Kreislauf wieder stärker wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Aorta ist ja bei jedem so ein bisschen unterschiedlich dick. Ich blase jetzt den Ballon auf. Wenn ich das vollkommen übertreibe, dann könnte dadurch ja die Aorta auch einen Schaden nehmen. Oder wie geht man da ganz praktisch vor, um die richtige Fülle vom Ballon zu finden? So ist es. Man wählt einen Ballon, der für einen erwachsenen Patienten geeignet ist. In aller Regel kann man die Ballons nicht draußen irgendwie Druck kontrollieren, sondern man bläst sie so weit auf, wie sie vorgesehen sind als Durchmesser. Ich habe dann kein Problem, wenn mein Ballon tatsächlich in der Aorta zu liegen kommt. Wenn der Ballon allerdings in ein anderes Gefäß geht, also zum Beispiel im Viszeralsegment, in den Trunkus, Zyliakus oder gar oben im Aortenbogen in die Karottes abbiegt und ich okkludiere da oder ich würde da aufblasen, dann würde ich natürlich eine Ruptur von diesem Gefäß an der dilettäre Folge. Und kann man den Ballon von außen ultraschallgestützt irgendwo von seiner Höhe her einschätzen oder macht man das rein anhand der Zentimeterzahl, also abgeschätzt an Körpergröße? Der Idealzustand ist eigentlich, man füllt den Ballon mit kontrastmittelhaltiger Flüssigkeit und macht es radiologisch, die Kontrolle, wo das Device ist oder wo der Ballon liegt. Ultraschallgestützt kann man ihn eigentlich auf dem nahezu keinem Verlauf wirklich gut verfolgen, weil im Abdominalbereich ist er häufig dann Darm oder Gas überlagert, sodass man die Aorta da häufig nur an ganz kurzen Stellen sehen kann und sodass eine Ultraschallkontrolle eigentlich kaum in Frage kommt. Das heißt präklinisch, logischerweise ohne radiologische Möglichkeit ist das ein Blindflug. Okay, und jetzt haben wir den Katheter angelegt. Der Patient stabilisiert sich dann vermutlich sehr, sehr schnell, denn er hat ja plötzlich nur noch einen sehr, sehr kleinen Kreislauf, der perfundiert werden muss. Wie gehe ich dann weiter vor? Jetzt stehe ich da draußen mit meinem Neff, mit meiner RTW-Besatzung, die Reboa liegt. Wie viel Zeit habe ich denn erfahrungsgemäß, wenn ich in Zone 1 dann arbeite, bis der Patient in Faust wird, weil ich ihn einfach Ewigkeiten chemisch gelassen habe? Also wie machen Sie das in der Klinik? Ab wann muss man den Ballon wieder entlasten oder sagt dann, der Patient ist nicht zu retten? Gibt es da eine Grenze? Also vielleicht muss man zunächst noch einschränkend sagen, präklinisch haben wir in Deutschland quasi keine Erfahrung mit dem Device. Also wir sprechen im Moment, wenn wir von Erfahrung sprechen, entweder von außerhalb Deutschland, also England, oder wir sprechen von innerhalb der Klinik, aber nicht außerhalb der Klinik in Deutschland. Deswegen sind diese Fragen, wie wir das dann mit unserem Neff so machen werden und wie das mit dem Mix so ist, das ist jetzt ein bisschen auch Glaskugel lesen, sage ich mal, aber man kann natürlich trotzdem versuchen, die Fragen zu beantworten, wie das mit der Chemiedauer ist und wie das weitergehen würde, wenn man okkludiert. Generell gilt natürlich, so kurz wie möglich soll man das anlegen, aber wir können schon Zahlen finden, wenn man zum Beispiel in die Daten der Japaner guckt, die haben ein Register rund um Reboa, weil die relativ viel Reboa-Maßnahmen durchführen. Die finden natürlich in Japan, dass je kürzer die Okklusionszeit ist und auch je näher man sich mit dem Patienten zu einem Operationssaal befindet, desto größer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit. Ist jetzt, kann man auch irgendwie, könnte man von alleine auch drauf kommen können, sage ich mal, hat man also nicht unbedingt das Register dazu gebraucht, aber es bestätigt zumindest, dass dieses Verhältnis so zusammengehört. Es zeigt aber auch, dass Okklusionszeiten in halbe Stunde, dreiviertel Stunde nicht zwingend zum Versterben des Patienten führen, sondern dass es Ischämien sind, die sehr wohl danach toleriert werden können. Wenn ich in der Zone 3, also ganz unten okkludiere, dann habe ich natürlich ja nur Ischämien der Beine und ein bisschen der Beckenorgane, die dabei teilweise noch anders perfundiert werden und so eine periphere Muskelzelle, die hält locker sechs Stunden durch, bevor sie einen strukturellen Schaden nimmt. Das heißt also, bei den unteren Okklusionen werde ich keine relevanten Ischämie-Probleme haben. Wohl aber, wenn ich weiter oben okkludiere, dann wird man ein, was der Anästhesist auch aus dem operativen Bereich kennt, so ein Reperfusionssyndrom erleben. Wenn dann wieder eröffnet wird, werden die ganzen sauren Metabolite, die unterhalb der oder die innerhalb des Ischämie-Bereiches entstanden sind, die werden wieder in den Kreislauf eingeschwemmt werden und das macht dann so ein typisches Reperfusionssyndrom mit Herabsetzen des Kaliak-Output, Anstieg der Pulmonalen ins pulmonar-vaskulären Widerstandes und so weiter. Ja, das klingt extrem spannend und was mich ganz besonders freut, ist, dass auch die ganzen intravaskulären Verfahren, wir haben ja auf der einen Seite jetzt viel ECPA-ECMO-Geschichten, das ist ja auch alles mit Gefäßpunktion einhergehend. Wir haben jetzt RIBOA als Techniken, ich glaube, da ist noch ganz viel, was da kommen wird und da wird auch sicherlich die Erfahrung insgesamt in der Notfallmedizin zukünftig noch ganz stark ansteigen, weil einfach die Verfahren, die intervaskulär angewandt werden, wieder zunehmen zum Glück. Herr Professor Popp, vielen, vielen Dank. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sie haben gesagt, RIBOA ist ein Verfahren, wo die Indikation letztlich die unkontrollierbare Blutung im Abdominal- oder Beckenbereich ist. Das ist der anders nicht rettbare Patient, der dann durch eine Punktion der Arteria femoralis über eine Schleuse ein Katheter eingeführt bekommt. Der wird dann in der Aorta hochgeschoben und dort wird dann einen Ballon platziert in verschiedenen Sektionen. Da ist die Zone 1 quasi die Zone oberhalb der Viszeralgefäße und die Zone 3 die Zone unterhalb der Viszeralgefäße und damit kann ich eben entweder die abdominellen Organe komplett oder nur die Beckenregion komplett vom Blutkreislauf abhängen und so eine Restperfusion von Hirn und Herz aufrecht halten. Habe ich das so richtig zusammengefasst? So ist es, ganz genau. Perfekt. Dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war der erste Teil und wir sind ganz gespannt. Im zweiten Teil kommt dann das ganz, ganz heiße Thema, die Notfall-Thorakotomie. Da bin ich schon ganz gespannt drauf.